Danke für deine junge Stütze, Gotthard. Tschüss! Ich liebe es. Dieser Kampf ist so schön und episch. Aber für mich ist es immer so schwer. Ich bin nicht so der beste Tag. Sonst bin ich, wie man merkt. Die drei. Und ein bisschen mehr Seelen. Und jetzt ein Tatschmer. Oh, das muss ich niemals. Stimmt. Oh Gott, ich sehe gross aus. Ich glaube, ich muss den Fluch wieder einmal freikaufen. Jetzt gehen wir ins Katakombengebiet. Ist das vielleicht noch das Bonfire? Ich gehe sitzen. Und ich gehe heute noch schnell Level-ups und schaue, was ich machen kann. Der Seelen. Man sieht sich. Ich gehe jetzt mal. Ich habe noch eine große Sache. Ich habe noch einmal gehört. Ich bin sehr leid. Ich bin sehr leid. Ich bin sehr leid. Ich bin sehr leid. Oh, danke schön. Gut. Oh Gott. So viele Leute sind da. Also, reden wir mal mit dir. Weil du hast ja den Seelen. Sie haben oft die Leute, sie haben sie zu ihrem Tron. Ich bin sehr leid. Ich bin sehr leid. Ich bin sehr leid. F-P-Fähigkeiten-Fähigkeiten-Fähigkeiten-Punkten. F-P-Fähigkeiten-Fähigkeiten-Punkten. Heisst Globesitz. Na, hallo? So. Ich bin Leonard, der Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so if you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner. Dankeschön. Mit dein fieses Lachen. Ach, look. Ja, was haben wir da? Aus dem Kammel grossschwertes Wolfsritter machen und ultra-grosswert. Einzigartig. Ich nehme das hier. Das gefällt mir einfach besser. Ah. Und da. Nein, wir müssen nichts mehr. Jetzt reden wir mit dir. Hallo. Ah, I know you. I just dropped in to see how she's getting on. Ah. What are you playing? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. Haha. Ah, merci, dass du unseren Zirkus nennst und dass du deine beschütte... Sorgechen... Seid das nicht passt. Welcome back. Do you wish to hear a tale? Ähm. Ich weiß nicht. Ich hätte noch nichts für dich gefunden. Ähm. Wir sehen uns. Ich komme bald mal wieder. Sobald ich was habe. Aber nur dann. Gleich bist du alleine. Kann ich für dich noch was? Gehen wir gerne. Ähm. Pyramidien habe ich nichts. Das ist so einfach. Ähm. Schauen wir mal. Wir machen die Waffen besser. Bevor ich... Also. Ich glaube das kann ich machen. Ähm. Und dann... Verstechen. Ich glaube... Wo ist sie da? Kann ich einmal machen. Okay. Was brauche ich denn hier? Funkelt heute nicht. Ah. Okay. Das brauche ich noch ein bisschen. Bis ich die habe. Hallo du. Was hast du mir so? Ein paar Turbo für Blitzding. Ein paar von dir. Ja. Was hast du da für Schilder? Blitzschild. Langspitzschild. Ja. Ja. Du hast momentan gerade nichts was mir... Passt. Ich weiß. Goodbye. Be safe. Oder so etwas Ähnliches. Hallo du. Gegenstand kaufen. Komm machen wir Wahlstärke mit dir nochmal. Und du es in das Leben. Ich weiss man sonst nicht. Wegen Fluchstatus. Aber... Ich gehe den R. Vielleicht kann ich ihn noch nicht noch freikaufen. Ähm. Jetzt noch Level Up. Habe ich Seelen? Die habe ich eingesammelt. Auch habe ich die Schale gebraucht. Ups. Die ist nicht so schlimm. Sie sind da zum Trauchen. Hier. Aufsteigend. Was haben wir da? Was nehmen wir? Was ist die Voraussetzung für die Waffe? Das heisst ich es gerade nicht. Äh... Waffe. 18 und 20. Also 18 Stärke. Tieren wir doch mal... ...auf die Stärke gehen. Wie viel kann ich? Zwei. Dann mache ich Stärke und Geschicklichkeit. Dann mache ich ein bisschen mehr Schaden mit 30 Waffen. Und... Hast du noch etwas? Äh, vielleicht... Was hätte ich da gesagt? Dunkelsegel heilen. Ah, 21'000? Ja, habe ich. Dann mache ich das aber auch die genühe Dings an. Was wollte ich sagen? Genühe... Äh... Seele haben. Genau. Aber jetzt sehen wir uns... beim Ziel. In der Katakombe. Bis gleich. Hier sind wir! Bei der... Bonfire für die Katakombe. Äh... Wir haben jetzt 10 Flakons. Ich glaube, das ist 10 von 12. Also schon ziemlich viel. Das müssen wir in einem Fall sein. Verstärkungen. Und meine Stimme! Und jetzt muss ich überlegen... Was ist denn schneller? Ich weiss, man kann hier runter. Das ist eine Abkürzung. Man kann dort noch holen. Dort hat es Items. Dort hat es Gegner. Ähm... Ja, ich glaube mal. Ich will kämpfen hier. D! Oh! Ich meine... D! Und ich glaube... Hast du weisse Augen gehabt, oder? Ja. Bleib liegen, du! Skelett, du! Das ist gut. So. Wie bekommt man... Man kann sich auch ein bisschen... Wenn man gut schaut, oder hört... Wenn man Seelen bekommt... Ist es tot. Und wenn man keine... Keine Seelen bekommt... Dann kann es gut sein, dass es wieder überlebt wird. Und das ist besser gelaufen als erwartet. Das ist noch nie so gut gelaufen als jetzt. Also jetzt bei dem. Oh, oh! Er hat nicht geraut. Gut, er scheiss nach einem Tag gegen Dab. Und wir wollen das Itemort holen. Was hat hier nach mir geschlagen? Ist hier auch nach mir geschlagen? Wirklich? Hier? Wo in der Wand verschwindet ist? Oh! Pfff! Oh, da war noch etwas. Kannst du das Rote einsammeln? Das ist nicht gut für meine geliebte Heil-Künstlerin, die Folianten lesen will. Wegen davon muss ich, glaube ich, eine Hexe finden. Eine dunkle Magie drin. Aber jetzt nicht mehr wo, dass ich diese gefunden habe. Aber ich glaube, in dieser kann man dann die dunklen Folianten geben. Ich glaube, dass ich das Rote einsammeln will. Ich glaube, es gibt keine Gegner, die von oben kamen. Ich glaube, es gibt keine Gegner, die von oben kamen. So, ja, hallo! Dort ist jemand am spawnen. Oh! Ich habe das gehört. Ich habe jetzt auch gemerkt, oh, da war etwas nicht gut. Hast du noch mit? Oh! Die machen Patrouillen! Die suchen mich. Und mir gedacht, ob es Sinn kam, dass ich aus Versehen ein falsches Thumbnail gemacht habe für die ... Ich habe das Thumbnail schon gemacht, für die jetzigen Folgen. Aber ich merke, dass ich einfach ein falsches Thumbnail gemacht habe, weil das, was ich gemacht habe, ist jetzt schon vorbei. Ich habe eins zu viel gemacht. Mit dem ... ... Thema ... ... vom ... ... Dings ... ... äh, wie heisst es? Vom Sumpf. Mit der Türe. Man muss öffnen. Oh, 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 oh! Ich habe einen Ringsbezug bekommen. Oh, oh! Bei dem weiss ich jetzt natürlich nicht, ob es neun ist, würde zurückkommen. Aber ich weiss es. Die haben einen sehr fiesen Move. Rappst du wieder? Nein. Gut. Durch mich jetzt auch nicht. Ich schaue mal, was ich alles ... 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